Hallo Fußballfreunde und herzlich willkommen auf ThieleFootball zum nächsten Stadionvlog. Heute das nächste Zweitligaspiel in diesem Wochenende. Der SC Paderborn empfängt den FC St. Pauli. Ich bin gerade noch am Samstagmorgen hier in Hannover, denn gestern waren wir ja bei Hannover gegen Magdeburg. Auch den Stadionvlog könnt ihr gerne mal abchecken. Und jetzt sind wir hier gerade noch im Hotel. Es hallt durchaus hier durch die hohen Decken, aber ich denke mal trotzdem passt das hier ganz gut als Intro. Also heute Paderborn gegen St. Pauli, der zweite Stadionvlog von mir an diesem Wochenende. Heute Abend geht es dann noch weiter nach Düsseldorf gegen Kaiserslautern und morgen Karlsruhe gegen Schalke. Ich freue mich sehr, wenn wir jetzt gerade 8 Uhr morgens und machen uns dann gleich mal langsam auf den Weg Richtung Paderborn. Auch immer wichtig vor einem solch langen Fußballtag wie heute mit zwei Spielen direkt an einem Tag erstmal vernünftig frühstücken gehen. Und gut, dass wir das auch hier im Hotel mit dabei haben. Das sieht auf jeden Fall ganz schick aus hier. Schöner Auswahl hier, ein bisschen Wurst, Käse, Speck, Frikadelle und natürlich der Kakao. Denn der darf natürlich nicht fehlen. Das war es also hier aus Hannover. Es regnet schon wieder wie gestern Abend. Danke dafür. Vor einer Stunde war es noch trocken. Jetzt gehen wir zum Auto und es regnet. Aber egal. Jetzt geht es weiter nach Paderborn. Der zweite Stadionvlog an diesem Wochenende steht somit für euch an. Und ich freue mich auf Paderborn gegen St. Pauli. Könnte, glaube ich, ein cooles Spiel werden. Und Paderborn, auch nachdem sie gegen uns auf Schalke oder gegen Schalke im Paderborn gewonnen haben, läuft es bei denen wieder besser. St. Pauli spielt eine Top-Saison bis hierhin. Das könnte ein echt cooles Samstagmittagsspiel werden. Das könnte ein echt cooles Samstagmittagsspiel werden. Wir sind angekommen. In Paderbornen haben knapp unter zwei Stunden gebraucht, also ein Ticken länger als geplant, aber jetzt gerade mal viertel nach elf, also passt alles wunderbar. Mal ein bisschen noch was vom Paderborner Umland hier gesehen, weil wir vom Navi umgeleitet wurden, weil auf der Autobahn ein Unfall gewesen ist, waren bei einer Justizvollzugsanstalt hier in der Nähe. Das sah schon alles mal ganz interessant aus, also auch mal neue Wege, wenn man nicht vom Sauerland nach Paderbornen reist, sondern eben dann aus Richtung Bielefeld kommt. Ich habe wie schon gegen Schalke hier auf dem Park-and-Wide-Parkplatz geparkt. Hinter mir steht schon ein Bus, der fährt hier regelmäßig zum Stadion und ich sehe auch schon die ersten St. Pauli-Fans. Wir sitzen auch näher Auswärtsblock, bin sehr gespannt auf deren Lautstärke. Ich freue mich und langsam geht's los mit endlich einmal blauem Himmel. So macht Fußball nochmal einen Ticken mehr Spaß. Busfahren immer wieder besonders. Schulz hat das gestört, hier und heute ein ganz gutes Mittel. Und hier sind wir an der Home Deluxe Arena in Paderborn. Wir sitzen heute übrigens, glaube ich zumindest, in der letzten Reihe unter dem neuen Oberrang. Genau dafür sind da hier auch die neuen Treppenhäuser und der Aufzugsschacht. Hier sind wir drin. Die letzten Male war ich eigentlich immer auf der anderen Seite. Auch gegen Schalke, letztes Jahr gegen Lautern, gegen Braunschweig auch. Und jetzt mal wieder hier. Angekommen auf unseren Plätzen. Und so ist die Aussicht hier. Das Einzige, was ein bisschen stört, ist hier die Stange. Aber gut, Statik und so ist halt auch nicht ganz unwichtig. Aber ansonsten von der Sicht her schon cool. St. Pauli haben wir sehr gut im Blick. Ich war ja gegen Schalke. Auf St. Pauli. Tolles Fanlager. Das wird sicherlich laut hier. Schick. Hier, wo wir nämlich sitzen, sind wir tatsächlich auch überdacht. Also sowas wie in Hannover gestern mit sehr, sehr nassen Plätzen kann hier auf jeden Fall nicht passieren. Denn bedingt durch den neuen Oberrang, der hier errichtet wird, mit, ich glaube, drei Reihen sind es am Ende, ist das eben hier so, dass wir jetzt auch hier überdacht sind. Und viele fragen sich ja immer wieder, Oberrang in Paderborn, was bringt das denn, wenn du hier zwei, drei Reihen mehr hast? Es ist auf jeden Fall so, dass die Gesamtkapazität von 15.000 Plätzen eh nicht überschritten werden darf. Das wird dann so sein, dass ich glaube, diese Stehblöcke wegkommen, da kommen auch Sitzplätze hin. Und um eben auch dann weiterhin 50.000 Plätze zu haben, kommen halt ringsherum diese paar Reihen mit Sitzplätzen. Also es bleibt bei der Gesamtkapazität, es gibt eben dann nur mehr Sitzplätze, was natürlich für den Verein finanziell gesehen auch attraktiv ist, um einfach einen Ticken mehr Geld mit Tickets zu verdienen. Ich denke mal, auch das ist ein logischer Gedankengang dahinter. Ich war ja auch schon einige Male hier in Paderborn und freue mich sogar darauf, wenn der Oberrang fertig ist. Ich glaube, da könnte es echt eine coole Stimmung irgendwie sein, von oben alles so verfolgen, nur mit so zwei, drei Reihen. Werde ich auf jeden Fall mal hingehen, wenn die ganze Geschichte fertig ist. Ich weiß nicht, wann das abgeschlossen sein wird, das ganze Projekt, aber ich finde es cool. Jetzt haben wir hier einmal das Mittagsmenü auf unserer langen Stadion-Tour. Schönes Bierchen mit einer Bratwurst. Und die schmeckt auch ganz gut. Und das Bier Warsteiner ist auch ganz gut. Torhüter von St. Pauli kommt rein. Und für mich vor allen Dingen auch Vasil, wenn ich ihn richtig ausspreche, einer der Besten in der zweiten Bundesliga. Hat sich echt nochmal gesteigert. So, und Janni Gut, guckt auch rein. Der Paderborn-Kipper. Wir haben natürlich auch hier heute durchaus ein Top-Spiel in der zweiten Bundesliga. St. Pauli ist Tabellenführer, spielt eine unglaublich starke Saison. Und wir werden natürlich seinen starken Trend fortsetzen. Paderborn ist durch den Sieg gestern von Elversberg erst mal auf Platz 8 abgerutscht. Aber zeigt natürlich auch eine aufsteigende Form. Haben wir unter anderem hier im letzten Heimspiel gegen uns, gegen Schalke, vollkommen verdient gewinnen können. Auch dann in Braunschweig, wo ich auf Malle war, haben sie gewonnen. Haben wir ja in der Konferenz da gesehen. Und machen auch einen immer besseren Eindruck. Ich bin sehr gespannt bei Paderborn auf Mathis Hansen. Der ist wieder auf der 6. Position dabei. Letztes Jahr war uns auf Schalke noch U-Kapitän, U19 glaube ich gewesen. Hat er mir schon gut gefallen in der Jugend. Und jetzt hier im Paderborn Stammspieler im Mittelfeld. Max Kruse übrigens erst mal auf der Bank. Marcel Adler sehen wir hier schon so ein geiler Kicker. Kenne ich schon lange, war er glaube ich bei Köln und vor allem auch bei Bielefeld zuvor. Und da war er schon richtig, richtig gut. Bei Union Berlin sogar auch, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und hier bei St. Pauli unglaublich gut. Auch gegen Schalke teilweise gezaubert im Zentralmittelfeld. Was scharfes am Mittag. Eine schöne Spezialwurst hier in Paderborn. Ah, Fußballfan sein ist schon was Gutes. Boah, Spezialwurst ist schon echt gut scharf. Felix Platte, jemaliger Schalker, Wager beim Stadionsprecher. Der hat ein wichtiges 3 zu 2 getippt für Paderborn. Mein Tipp ist ein 3 zu 1 für St. Pauli. Boah, also die Schärfe von der Spezialwurst, der hat mich gerade echt eingeholt. Alter Schwede ey. Erstmal ein bisschen Fanta getrunken. Jetzt geht's wieder. Wir haben noch gute 10 Minuten bis zum Anpfiff. Und so langsam kommen auch die ganzen Fahrern von St. Pauli. Denn auch wir hatten ja den Stau auf der Anreise, wo der Unfall war. Deswegen sind wir hier durch Land und Berge geguckt. Das war auf jeden Fall besser. Denn die alle standen im Stau. Deswegen sind sie ein bisschen spät dran. Obwohl der Block schon trotzdem echt gut voll ist. Bei Paderborn willst du Leute auch eine schöne Choreo geben. Wollen wir gerade verraten. Also das wird, glaube ich, richtig gut werden. Die Nr. 6 ist wieder bei Mako. Die Nr. 6 ist wieder bei Mako. Und so kommt die Raffel. Die Raffel. Die Sektion. Und damit begrüßen wir die beiden Mannschaften der FC St. Pauli. Und unser SC. Heute möchten wir gemeinsam der unschuldigen Opfer und ihrer Angehörigen gedenken. Wir bieten uns einen Moment des Inhalts als Zeichen für den Frieden. Vielen Dank. Unsere Anpfiff gilt es natürlich auch noch einmal hier Stimmung zu machen für unsere Mannschaft. Und deswegen geht alles an den doppelten Applaus für unseren SC Paderborn 07. Wattacke. Das Spiel läuft. Heute wieder eine kleine Sichtbehinderung, die nicht geplant war, aber es sollte gehen. Jetzt ist es die Eilen, die nicht geplant war. Oh! Euch jetzt war das. Ja! Ja, ich war das. Wo Similarly bin, der Kruß in der U Noah-Kụ descont理t. In der heutigen Spiegelhunde ein Traumtor für unsere SCP-Torschütze, unsere Nummer 30, Florian Hussbierer. Florian Hussbierer, Florian Hussbierer, Florian Hussbierer an der Schlitzhorn, 1-0 Ballaboren, Traumtor, wow! 25 Minuten rum, Paderborn ist ein tiefenbester Dritten, St. Pauli tut sehr voll schwer und deswegen ist die Führung auf jeden Fall mal nicht unverdient. Applaus 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 Pause in Paderborn, der SCP führt meiner Meinung nach verdient mit 1 zu 0. Beide setzen ja sehr starken Fokus auf das spielerische, St. Pauli in dicken Zug verspielt. Paderborn kommt immer wieder schnell nach vorne. Deswegen für mich die Führung in Ordnung. Es dürfte aber in der zweiten Halbzeit ein bisschen offensiv stärker werden. Ansonsten vor dem Ring, vor allem von St. Pauli, tolle Stimmung, tolle Unterstützung. Gerne noch ein paar mehr Tore. Die zweite Hälfte läuft, 10 Sekunden gerade rum und jetzt sind wir auch mit dabei. Und St. Pauli auch direkt mal mit einer guten Flanke. Also von dem muss noch ein bisschen mehr kommen. St. Pauli hat zudem auch gewechselt. Start ist raus. Metcalf ist drin. Und hier haben wir auch eine schöne Pommes drin. Leider nicht auf Kamera, weil Leute vor dem Meer laufen. Conor Metcalf mit der dicken Chance zum 1 zu 1. Nächste Chance. St. Pauli ist da. Der Mann ist Elgestein. Medem 1 zu 1. Mit Tore gewünscht und da sind sie vielleicht mal St. Pauli mit Druck aus der Kabine gekommen und nun im 1 zu 1. Hoffentlich geht es jetzt so richtig los. Und jetzt Platz zum Kontern. St. Pauli, 2. Hälfte auf jeden Fall deutlich besser, Paderborn wechselt auch gleich, da muss ein bisschen was passieren, so das 2 zu 1 eher auf die Seite, wenn es so weitergeht. Paderborn eigentlich schwächer und jetzt mit der dicke Chance zum 2 zu 1, den musst du halt dann eigentlich machen. Das ist ein Pauli dritter Spiel, aber sie ist durchaus verdient, auch von der zweiten Halbzeit. Magalisch-Land und Nachbarrech. Magalisch-Land und Nachbarrech. Woaah! Woaah! Wo kwam! Wow! Philly! Philly! Neuer Spielstand! Pallermont frei! Nach Pallermont mit dem Ausgleich Conte, wunderbare Vorarbeit. Jetzt könnte es aber eine richtig gute Schlussphase werden. Abseits! Abseits! Kein Tor für Paderborn. Leipatz hat sich ordentlich gefreut, aber umsonst. Oh! 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 Feierabend in Paderborn! Paderborn! Oh! 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 Oh, mein Gott! Die Streichung ist eine Halleinung. Das war es also hier von der Homme Deluxe Arena. Ein interessantes packendes 2 zu 2 Unentschieden. Schluss also hier in Paderborn und am Ende haben wir hier ein richtig gutes, munteres 2 zu 2 Unentschieden gesehen. Respekt an die Fans vom FC St. Pauli. Das war richtig stark, was die abgerissen haben. Komplett durchgetrommelt, durchgesungen. Wow! Und auch von Paderborner Seite war es eine gute Stimmung, war es ein gutes Heimspiel. Am Ende haben wir sicherlich alle ein wirklich gutes Zweitligaspiel gesehen mit zwei Toren auf beiden Seiten. Für mich auch ein durchaus leistungsgerechtes Unentschieden. Somit bleiben beide Teams oben dran. St. Pauli müsste auch Tabellenführer bleiben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und wir machen uns jetzt auf jeden Fall auf nach Düsseldorf. Heute Abend spielt nämlich die Fortuna gegen den 1. FC Kaderslautern. Auch das sind zwei Vereine, die oben mit dabei sind. Schaut auch dort gerne wieder vorbei. Morgen geht es dann noch für mich nach Karlsruhe gegen Schalke. Also es wird reichlich Stadionblocks geben. Checkt gerne den von gestern nach Panova gegen Magdeburg. Und jetzt schreibt mal gerne eure Meinung zu diesem und zum Spiel in die Kommentare. Und dann sehen wir uns im nächsten Stadionvlog wieder. Morgen früh nämlich Düsseldorf gegen Lautern. Macht es gut, ciao! Und bleibt am Ball! Düsseldorf gegen Lautern.